Weiss Tosca und Weiss Isabeau. Der Hauser läuft bereits und am Letztart war das von Favoriten der Rot, wobei die Nummer 2 Digby ebenfalls mithalten will. Ein Bodycheck in der ersten Kurve und 1 ist durch. Fellini ist durch vor Digby, dritte Position Tosca. Auch hier wird sich nichts mehr ändern. Es gewinnt die Nummer 1 vor der 2, der 3 und der 4. Untertitelung des ZDF für funk, 2017